Vor ca. 3 Monaten habe ich mal ein Video zur Bison App gemacht, von der Börse Stuttgart, also auch Made in Germany. Mit der Bison App kann man Kryptowährungen ganz einfach am Handy kaufen und verkaufen. Allerdings hat man da natürlich viele Funktionen nicht. Und da hat mir der Kurt Maas das vor kurzem unter das Video geschrieben, könntest du mal ein Tutorial über das BSDex Webfronted machen. Das wäre klasse, die Bison App ist schon super, aber BSDex über den Browser hat mehr Funktionen, die mir teils bei der Bison App fehlen. Das stimmt, also BSDex zur Erklärung ist auch von der Börse Stuttgart und richtet sich so ein bisschen an etwas Fortgeschrittenere, ist aber auch sehr einsteigerfreundlich und hat eine Desktop Variante, was ich auch immer sehr gut finde, wenn man nicht nur am Handy was machen kann, sondern man kann hier auch wirklich am PC aktiv werden. Wir gucken uns das Ganze mal an, auch ein Vergleich zur Konkurrenz. Ich melde mich hier jetzt gleich mal an und dann werden wir mal ein paar Bitcoins kaufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, schon sind wir angemeldet. Die Video-Verifizierung war ganz einfach. Das ist ja ein verifizierter Handelsplatz und deswegen muss man sich natürlich auch verifizieren lassen. Das Ganze ging ganz normal hier über die Webcam per Video-Ident und war dann innerhalb von wenigen Minuten dann auch wirklich freigeschaltet und abgearbeitet. Ganz einfach, wirklich kein großes Problem. Ja, und jetzt gucken wir uns erstmal die Oberfläche an. Aktuell gibt es nur, in Anführungsstrichen, das Trading per Bitcoin Euro, Euro-Bitcoin und hier sollen aber in Zukunft noch weitere hinzukommen. Hier sieht man den aktuellen Preis, 8.650, die Veränderungen zum Vortag, das Tagestief, das Tageshoch und hier auch mal ganz spannend die in den letzten 24 Stunden gehandelten Bitcoins. Ja, dann seht ihr hier oben noch diesen Timer, der abläuft. Das ist einfach nur so, wie ihr das auch von eurem Bank, Online-Banking kennt. Wenn man quasi inaktiv ist und keine Klicks macht, dann läuft der Timer runter und man loggt sich irgendwann aus und ansonsten kann man ihn auch resetten. So, dann haben wir hier links Wallets. Das ist hier die Übersicht, da seht ihr hier meine Wallets. Aktuell gibt es ja wie gesagt nur die Euro-Wallet und die Bitcoin-Wallet. Da kommen aber noch später einfach mehr hinzu. Ich habe jetzt schon mal 50 Euro eingezahlt, damit wir gleich ein bisschen Bitcoin kaufen können. Hier kann man es ein- und auszahlen lassen. Wie gesagt, beim Einzahlen ganz einfach. Ihr könnt dann einfach an eure IBAN, ihr habt dann eine fixe IBAN, die ändert sich auch nicht, einfach eure Zahlungen eingeben. Ich habe jetzt hier 50 Euro überwiesen und dann könnt ihr auch ohne Verwendungszweck das Ganze überweisen. Auch gut für Daueraufträge. Ja, auszahlen, da brauche ich auch nichts zu sagen, großartig. Guthaben ist klar, Gesamtguthaben basierend auf aktuellen Kursen. Also wenn ich jetzt Bitcoin hier drin hätte schon, dann würde hier quasi mein Gesamtwert von allen Wallets stehen. Offene Orders, verfügbares Guthaben, ist auch selbsterklärend. Hier könnte ich jetzt direkt handeln. Kann ich aber auch hier drücken, also hier oder hier. Und ich kann auch Bitcoins von anderen Wallets einzahlen. Wenn ihr hier drauf drückt, das ist ja ganz normal, wenn ihr hier drauf drückt, dann bekommt ihr einen QR-Code. Oder halt die Bitcoin-Adresse und die müsst ihr dann einfach von da aus, wo ihr das schicken wollt, einfach eingeben und nicht verschreiben. Wichtig, weil sonst das Geld weg oder die Bitcoins weg und dann einfach rüberschicken. Dann dauert es irgendwie 5, 6 Blöcke. Also ungefähr eine Stunde maximal, dann sind die Bitcoins hier auch gut geschrieben. Ja, das war es eigentlich schon zu dieser Übersicht. Dann gehen wir mal in die Handelsübersicht. Jetzt wird es spannend. Und dann wechselt auch das Ganze ins Schwarze. Das sieht dann so aus. Und das kennt ihr ja vielleicht auch so von anderen Exchanges, wenn ihr schon mal was gemacht habt. Wie gesagt, hier oben nur ein Trading-Paar. Im Moment Bitcoin, Euro. Hier nochmal die ganzen gleichen Anzeigen. Hier auch nochmal die gleichen Anzeigen. Wenn ihr hier jetzt einfach wechselt, dann kommt ihr einfach nur wieder raus. Also das ist wirklich alles gleich. Dann seht ihr hier einen aktuellen Kurs. Den könnt ihr hier auch alles ändern. Da will ich jetzt aber nicht unbedingt drauf eingehen. Wir wollen jetzt wirklich mal hier ins Orderbuch schauen. Und dann auch mal vergleichen, wie es denn mit der Preisgestaltung aussieht im Vergleich zur Konkurrenz. Und auch wie es aussieht mit den Gebühren. Die Gebühren, ich muss mal eben meine Brille aufsetzen, sonst kann ich das wirklich nicht erkennen. Die Gebühren sind aktuell 0,2% Maker-Fee und 0,35% Taker-Fee. Maker sind diejenigen, die quasi einen Preis einstellen. Und Taker sind die, die quasi ein Preisangebot annehmen. Für unsere Zwecke reicht aber völlig aus, dass wir hier einfach eine Market Order machen. Das ist in kleineren Bereichen, sag ich mal, völlig unwichtig. Ihr seht das auch gleich nochmal. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 50 Euro eingebe, dann würde ich 18 Cent bezahlen. Da muss man sich wirklich keinen großen, also meiner Meinung nach, keine großen Gedanken machen. Weil der Spread auch immer eigentlich relativ gut ist. Mir ist allerdings aufgefallen, dass der Spread hier an sich ein bisschen leicht höher ist. Das gucken wir uns aber jetzt nochmal genau an. Wir vergleichen das jetzt einfach mal, indem wir jetzt einfach mal hier theoretisch für 1000 Euro Bitcoins kaufen wollen. Market Order. Also nach aktuellen Preisen. Und da seht ihr hier, ich würde 0, ich würde quasi aktuell Preis sind 8.649,30. Das ist immer dieser Preis hier oben im Orderbuch. Ja, wenn man was kaufen will und wenn man was verkaufen will, dann ist das immer dieser Preis, den man bekommt, über wenn man eine Market Order eingeben möchte. Wichtig. Wir hätten jetzt hier der Marktpreis 8.649,30 zuzüglich 3,50 Euro, 0,35% Gebühren. Wir würden quasi 0,1156 Bitcoin kaufen. Jetzt machen wir einfach mal den Vergleich und gehen mal bei Coinbase Pro rein. Und gehen hier auch in den Market Order und wollen hier auch für 1000 Euro Bitcoins kaufen. Und da seht ihr hier schon, die Gebühren sind tendenziell etwas höher. 5 Euro, also 0,5% Gebühren. Und wir würden wahrscheinlich 0,1152 Bitcoin bekommen. Also hat hier sogar die Börse Stuttgart bzw. die SDEX sogar im Moment das bessere Angebot für uns. So kann man sich das angucken auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, ihr seht es ja hier, das ist wirklich minimal. Das ist im 0,0 Bereich. Also völlig okay, wenn ihr jetzt sowieso nur für 50 Euro im Monat Bitcoins kauft. Guck mal, das ist wirklich, 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 wirklich unwichtig eigentlich. Okay, also das ist schon mal ganz gut. Jetzt möchte ich aber wirklich auch mal Bitcoins kaufen. Also man kann hier auch Stops setzen und so. Aber wie gesagt, das soll jetzt erstmal nur das Einsteiger-Tutorial sein. Wenn ihr da gerne ein Video zu haben möchtet, dass ich auch mal die Limit Order zeige, wie man Stops setzt und mit Taker und Maker Fee nochmal genauer drauf eingehe, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mache ich gerne nochmal ein extra Video zu. Wir wollen jetzt aber erstmal hier ganz normal für 50 Euro Bitcoins kaufen. Und dann gehe ich hier einfach hin. Also wie gesagt, handeln, 50 Euro Market, ja. Dann gebe ich hier, ihr seht es jetzt hier, ich zahle 18 Cent Gebühren, die kommen oben drauf. Also kann ich nicht für 50 Euro kaufen, sondern ich muss für 49,82 Euro kaufen, weil ich, wie gesagt, für 49,82 Euro Bitcoins kaufe und 8 Cent Gebühren zahle. Das ist, denke ich mal, ganz okay. Hier nur 50 Euro und Kaufantrag erteilen. Also ich muss mal eben die Kamera ausblenden, dann könnt ihr den Kauf auch sehen. Hier unten ist jetzt mein Kauf für 8.649,60 Euro habe ich bezahlt und habe dafür 0,0058 Bitcoin um 10.20 Uhr heute gekauft. Ihr seht es auch hier, dass BSDX noch nicht so wirklich viel benutzt wird. Ihr seht ja hier, wie oft jetzt was gekauft wurde und das ist noch nicht so wirklich heftig. Hier hat zum Beispiel einer mal einen Bitcoin gekauft und hat dann 8.700 Euro bezahlt dafür. So und dann gucken wir mal hier ins Orderbuch rein und dann sehen wir hier auch die Order, Market Buy, 100% erfüllt und hier seht ihr nochmal die Ordergröße. Und wenn wir jetzt zurück in die Wallets gehen, dann sehen wir jetzt auch hier meine Bitcoins. Das ist ja eben, das war ja ein gerundeter Wert. Hier sehen wir jetzt nochmal ganz genau. Und wenn ich die jetzt verkaufen wollen würde, dann gehe ich einfach wieder ins Handeln rein, gehe hier oben auf Verkaufen und würde jetzt hier meine Bitcoins, hier oben seht ihr wie viel ich gerade habe, da oben. Also ich könnte jetzt hier 0,00575980 Bitcoins verkaufen und würde dann jetzt hier drauf drücken und hätte meine Euros wieder. Ihr seht ja, dass jetzt der Preis ein bisschen kleiner ist, weil der aktuelle Marktpreis 8.630 ist, weil ihr dann wieder hier hingucken müsst in den grünen Bereich, weil das hier der erste Preis ist, für den jemand bereit ist, seine Bitcoins zu verkaufen und deswegen müssen wir hier in den grünen Bereich gucken. Aber wenn ihr Market Order macht, dann habt ihr das automatisch immer, dass immer der bestmöglichste Preis für euch erzielt wird. Ja und das war's. So kauft man Bitcoins auf der BS Dex. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch weiterführende Informationen haben wollt, generell zum Kaufen auf Exchanges, zum Verkaufen auf Exchanges, lasst mir gerne auch nochmal ein Feedback in den Kommentaren da und dann mache ich da gerne auch nochmal ein neues Video dazu. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sage ich mal bis die Tage. Vielen Dank und ciao. Vielen Dank.